Wir haben mal wieder ein Paket von Agnidem bekommen. Das packen wir jetzt raus und dann schauen wir was da drin ist. Das ist jetzt etwas ganz neues von denen und zwar das Premium Set. Wenn du das andersrum hättest, hätte man das lesen können, aber so passt das auch. Zeig mal. Genau. Da ist dann noch so eine fette Anleitung. Was steht da drin? Die Anwendung und die Inhaltsstattung von den einzelnen Produkten. Okay, was ist das hier? Wiederverwendbare Wattepads. Ist das cool? Ja. Damit könnte man ein richtig schönes Auto putzen. Nein. Echt gut, dass wir noch Reinigungsschaum mitbekommen haben, weil unser ist leer. Wir essen das förmlich, weil uns geht das richtig schnell leer. Ja, aber ich finde meine Haut ist viel, viel besser dadurch geworden. Muss ich ehrlich gestehen. Und was ist das? Das hattest du drauf. Ist auch leer schon bei dir? Fass. Ich bin gespannt, wie du das jetzt auftragen willst. Dein Gesicht ist makellos. Zudem wir das benutzen, ist es wirklich makellos. Ganz ehrlich, richtig richtig gut geworden auf jeden Fall. Ich habe nicht mal Make-up drauf heute. Ja, mach trotzdem irgendwas drauf. Darf man das? Du hast es ja gepickelt. Darf ich bei dir? Nein. Ich finde bei mir ist die Haut auch besser geworden. Außer hier und hier. Aber da kriege ich jetzt eine Behandlung. Schönes Ding tu drauf. Ich liebe es einfach, wenn man mir im Gesicht empfiehlt. Jetzt kommt dann noch diese Creme Haar drauf. Creme Haar. Warte mal, ich drehe mal um. Auf jeden Fall hier diese Akne, die im Creme Haar steht da drauf, ne? Genau, mach mal auf. Jetzt gibst du eine Creme ein bisschen auf die Pickel. Okay. Okay. Ich liebe es. Das sieht so aus, als wäre der Make-up dran und das ist die Pickel-Update. Kann das sein? Ja, das tönt bisschen, ja. Okay, Beauty Queen, hast du noch was zu sagen? Ja, wer sich auch gerne eine saubere Haut wünscht, stellt euch Akne Derm auf medizinfox.de. Ich bin total coats und�be. Ich bin total